So, willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ihr seht vielleicht am Texturenpack, ich habe mich doch endlich dazu herabgelassen, auf 1.3.1 abzudaten. Habe mir auch einige Mods gleich mal rausgesaugt. Zum Beispiel die Minimap. Wie ihr seht, hier ist das alte Menü. Das liegt daran, weil ich too many Items drauf habe, weil das brauche ich einfach. Ich möchte es, ich will es. Ja, ist eigentlich schade, dass er jetzt das Menü geändert hat. Klingt schon ein bisschen traurig. Aber ansonsten soll es mich nicht stören. Oder uns. Oder wie auch immer. Ja, hier ein paar abgefehlte Bäume. Was liegt daran? Ich habe versucht die Timbermod drauf zu ziehen und das ging nicht. Wie ihr hier seht. Zack. Zack. Keine Timbermod. Geht nicht. Ich habe es da raufgezogen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es fehlerhaft oder vielleicht bin ich ja nur zu blöd. Ich tippe mal eher aufs Zweite. Und ja. Die Folge nutzen wir einfach mal direkt zu Beginn, um mal alles zu zeigen. Und ich glaube, das hier soll auch noch nicht so ganz sein, weil da muss ich nochmal gucken. Was auf jeden Fall neu ist, auch am Texturenpark von der Honeyball, ist der Himmel. Und der ist wunderschön. Das kann man einfach mal, muss man einfach mal sagen. Deswegen klettere ich mal hier hoch. Dann mache ich mal diesen hier. Und dann schalte ich mal auf Nacht um. Und das sieht doch mal heftig geil aus, oder was? Also da hat sich die gute Honeyball echt selbst übertroffen, muss ich sagen. Bin ich schon ganz schön stolz. Jetzt schalten wir mal wieder auf den Tag. Machen das Menü wieder weg. Und dann können wir mal gleich mal ein paar Steine setzen, wo wir gerade hier oben stehen. Zack. Nein. Was mir nicht so ganz gefällt, sind die Werkzeuge. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil es ungewohnt ist. Aber... Ah ne, so schlimm sieht es nicht aus. Hier die Erde muss weg, hier muss Holz rein. Weil... Dies noch zur Türschwelle gehört. Zack. Also gehört da Holz hin. Holz. Und hier wächst und wächst es. Langsam, aber sicher. Aber immer noch nicht schnell genug. Ja gut, Opti-Feind haben wir jetzt noch nicht drauf. Aber das kommt noch. So, dann können wir ja mal hier langsam mal ein paar Zäunchen platzieren. Zumindest ein paar haben wir ja noch. Zack. Und das war's. Und dann müssen wir nach unten, weil das sieht nämlich sowieso doof aus. Das habe ich ja schon gemacht. Ich bin nicht voll besoffen. Stimmt, das habe ich von oben gemacht. Da habe ich ja schon Holz gesetzt. Das ist ja mysteriös. Obwohl ich eigentlich stein hin müsste. Egal. Wir lassen das erstmal so. Geben uns zufrieden. Und dann müssen wir hoffen, dass wir jetzt hier in nächster Zeit so dennoch mein... Ob die Feind geupdatet wird. Also ich habe mal geguckt. Auf der Seite steht, dass das Update zu 80% fertig ist. Das heißt, müsste ja dann jetzt die paar Tage dann mal kommen. Und dann schauen wir mal weiter. So, dann können wir das hier mal abbauen. Und den Kumpel hier weg. Und unser Bett lassen wir erstmal noch stehen, weil da haben wir noch keine gute Dörtchen für gefunden. Ja, gut, die Öfen. Ich komme jetzt hier rein mit Deko-Kram. Genauso wie die Werkbank. Und... So, dann müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt eigentlich hier noch gar keinen Plan, was ich jetzt überhaupt machen möchte. Deswegen werden wir einfach mal schauen. Äh, 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 äh. Wir könnten ja mal langsam das hier ausbauen. Das bauen wir aus. Ich habe aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das werden soll. Ich glaube, ich mache doch ein Fenster draus. Und das war... Wo machen wir Holz für? Holz haben wir wahrscheinlich nicht. Genau jetzt, wo die Timmermott fehlt. Geil. Doch, ich bin der Meinung, wir wollen Holz holen. Holz. Ha! Haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. Mann, 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 Mann. Und dann machen wir das einfach mal... Eins, zwei, drei, zwei... Ach ja, man kann ja die Blöcke jetzt drehen. Ach, verdammt. Für mich eine schöne Neuerung. Jetzt wird gerade irgendwie doof. Ja, weil genau dann das passiert. Nö, ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Kannst du jetzt echt hier wegkloppen? Toll. Toll. Er kriegt ja einen leichten Flipper. Aber nur einen leichten. Zack. Äh, nee. Geht gar nicht. So, Erde. Zack. Holz. Was unnötig war. Stein. Und Erde. So, dann haben wir hier so ein Mini-Fensterchen. Haben wir auch keine Glasscheiben bei. Essen könnten wir mal. Wo ist mein Essen hin? Ach, das soll das Hähnchen sein. Sieht jetzt aber nicht mehr so geil aus. Naja, gut. Wir wollen ja nicht meckern. Also ist auf jeden Fall alles sehr ungewohnt. Ähm. Holz. Nahrung. Filze, Eier. Steak. Nehmen wir mal Äpfel mit. Und was wollte ich jetzt holen? Scheiben. Zack. Kann man mal gleich den hier so hinpacken. Und dann machen wir das unten einfach dicht. Ich wollte ja eigentlich so einen kleinen Wintergarten hinmachen oder sowas. Was aber vorne ein bisschen doof aussieht. Weil man sieht ja hier dann sozusagen die Front. Mir fällt auch auf, wir haben gerade keine Connected-Texturen. Ja, liegt wahrscheinlich auch an Optifine. Naja gut. Das kommt alles. Das wird also gemacht. Aber gut. Gemacht. Gut. Wir hoppeln mal ein bisschen hier rum. Und dann schauen wir mal. Können wir das Dach mal oben fertig machen. Das Dach. Das gute Dach. Und äh. Mir ist so in der Nacht eine Eingebung gekommen. Was man denn noch weiter machen kann. Hier mit dem Haus. Weil ich war ja erst völlig planlos. So. Aber dann. Alter, kann man ja wieder diesen hier machen. Wir machen das mal direkt so. Zack. So, 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 so. Und dann ziehen wir hier mal dazu hin. Und da schreien schon hier irgendwelche Kinder draußen bei mir rum. Oh, das ist das Holz alle. Oh, wir haben ja noch ein bisschen was. Nein. Und äh, was ich noch für eine Idee habe. Die werde ich allerdings erst anwenden, wenn wir was ganz Bestimmtes gefunden haben. Da ist mir, ha, hab ich da eine Idee, was wir da bauen können. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ich hoffe auch, das würde mir gefallen. Aber das werden wir sehen. Wenn es so weit ist. So, äh, zack, 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 zack. So. Können wir hier mal wieder das Dach dicht machen. Und, äh, wir werden hier auf jeden Fall wieder ganz schön Holzmangel kriegen. Vor allem, wenn ich denn jetzt hier noch das Dach, nein, drauf zauber. So. Äh, äh, ja. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal ein schönes Dach. Andererseits kann ich das ja auch offen lassen, ja. Na, schauen wir mal. Erstmal Raumaufteilung machen und dann sehen wir weiter. Äh, wir werden hier noch ein Dach drauf, äh, ein Dach, hier noch ein Holzklotz hin, da noch ein Holzklotz hin und hier und da und nirgendwo und überall. Ähm, ja. Ja. Ja, äh, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, äh, es wird erstmal für die nächsten Tage keinen, keinen Saints Row Upload geben. Das habe ich auch schon gestern, also es müsste jetzt gestern, für mich ist es heute, für euch gestern, oder andersrum, wie auch immer, äh, habe ich es schon auf Facebook geschrieben, dass es halt keinen Saints Row geben wird. Das hat aber den Grund, dass ich, äh, beziehungsweise der TR hat, äh, kaum Zeit und es ist auch nicht immer so einfach da gemeinsam Zeit zu finden, um aufzunehmen. Ähm, und deswegen werden wir wahrscheinlich frühestens am Montag wieder zum Aufnehmen kommen. Ähm, und dann wird es spätestens, also wirklich, wenn alles klappt, dann wird es am Dienstag wieder Folgen für euch geben. Kann ich aber eben nicht versprechen. Aber, keine Sorge, das, äh, Game ist nicht pausiert. Wir werden das schön weiterspielen. Ähm, ähm, und wir sollten das vielleicht auch mal das nächste Mal zeitnah aufnehmen. Also wir haben das eine Mal, ich glaube, sechs oder sieben Folgen produziert. Und haben, also ich bin davon ausgegangen, dass das erstmal eine ganze Weile erreichen wird. Hat auch eine ganze Weile gereicht, glaube ich. Äh, ja, und als es dann Heart of Heart kam, sozusagen gestern Nacht, haben wir nochmal eine kleine Aufnahmesession gestartet. Und dann kam ja das altbekannte Problem bei mir, dass der Datenträger rumgesponnen hat und, äh, die komplette Aufnahme für den Arsch war. Also die ersten 23 Minuten gingen. Und danach ging nichts mehr. Was ja alles nicht so problematisch ist, aber da ich ja jetzt am Stück aufnehme, konnte man dann die ganze Aufnahme vergessen. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, höchstens. Vielleicht an der Festplatte, was aber keinen Sinn machen würde, weil die Festplatte ist ja eine. Externe ist im Moment noch, da bin ich noch auf der Suche, na. Die ist noch bei einem Kumpel von mir. Ich will mal schlafen. Ähm, ja, die Externe ist noch bei einem Kumpel und die muss ich mir noch holen. Aber das schaffen wir irgendwie auch nicht, weil er irgendwie keine Zeit findet. Beziehungsweise hat er nachher wahrscheinlich keine Lust. Und ich habe auch keine Zeit und keine Lust. Und deswegen eben, dann schleift das alles wieder so ein bisschen. Ja, zurück zum Thema. Wahrscheinlich ist einfach nur der eine Teil meiner Festplatte irgendwie defekt. Weil der verkackt komischerweise immer die Aufnahmen, aber der andere Teil, der da funktioniert ist. Was aber da blöd ist mit dem Aufnehmen ist, weil das mein Hauptspeicher ist und, äh, ja. Der ist dann relativ schnell voll. Dann kann ich vielleicht eine halbe Stunde aufnehmen oder so und dann ist die Festplatte voll. Deswegen hat sie übrigens in der letzten Folge auch so geruckelt wie Sau. Einfach, weil die Festplatte voll war. Hallo? Lass mich durch. Danke. Mann. Ich krieg hier noch ein Kind. Ja, gut. Einfach mal nicht drüber nach. Nachdenken. Holz her. Sau. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das reichen wird jetzt hier für unser Dach. Also ich meine jetzt so hier für einfach nur zumachen. Ey, diese Kackblöcke hier. So. so. See you. Untertitelung. BR 2018